No GroKo. Dafür wirbt die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis vom linken Flügel der Partei. Guten Abend, Frau Mattheis. Guten Abend. Kann denn die SPD-Spitze noch was drauflegen, damit sie dann doch noch sagen, gute Sache, was mein Parteichef da versucht? Also ich glaube, es geht uns um grundsätzliche Dinge. Es geht um alternativen Politikentwurf und es geht nicht darum, noch mal was draufzulegen, sondern zu sagen, die Bevölkerung braucht eine Wahl zwischen zwei klaren politischen Entwürfen. Und wir haben gesehen, dass eine große Koalition das nicht bietet, sondern in der Öffentlichkeit den Kompromiss vom Kompromiss verkaufen muss. Und in dieser Situation stärken wir die rechten Ränder, den rechten Rand. Und von daher ist es für uns ganz klar, für uns gilt eine ganz prinzipielle Herangehensweise. Und wir wollen keine weitere große Koalition. Wir haben in großen Koalitionen immer unser Wahlergebnis nach unten entwickeln lassen. Und da ist nach 20,5 Prozent auch noch Luft nach unten. Und von daher sagen wir keine große Koalition. Das heißt, egal mit was Martin Schulz da jetzt noch kommen mag und wo er sagt, da könnte er vielleicht sogar noch mal drauflegen, bei Ihnen hat er keine Chance? Wir haben von Anfang an gesagt, wir beteiligen uns nicht an einer Debatte mit roten Haltelinien, sondern es ist eine prinzipielle Entscheidung. Und diese prinzipielle Entscheidung ist etwas, was wir in der Tat mit auch auf das Messerschneide für die SPD sehen. Wir haben zwei große Argumente. Und das zweite große Argument ist einfach, dass wir auch der AfD nicht die Oppositionsführerschaft überlassen wollen. Es kann nicht sein, dass wir in diesem Land im Prinzip eine rechte Partei zum Oppositionsführer werden lassen. Frau Mattas, was ist denn Ihr Eindruck? Wie läuft denn die No-Groco-Kampagne so? Haben Sie Eindruck, Sie haben Erfolg damit, was Sie sagen bei Ihren Genossinnen und Genossen? Wir gehen mit vielen Argumenten, gehen wir an die Parteibasis. Wir sind sehr breit aufgestellt. Es ist ja nicht nur das Forum Demokratische Linke, sondern das ist ja auch eine sehr basisorientierte Zusammenkunft, die sich unter No-Groco getroffen hat. Es sind die Jusos. Und ich glaube, dass es an der Parteibasis in der Tat ein sehr breites Verständnis dafür gibt, dass wir als SPD womöglich jetzt in einer Schicksalsentscheidung sind. Ich will das gerne so hochtrabend ausdrücken. Eine Schicksalsentscheidung, die uns im Prinzip auf den Weg anderer europäischer Schwesterparteien führen mag, wenn wir jetzt weiter an einem Profil nicht arbeiten, sondern wir weiter im Prinzip in einer Kompromisslinie agieren. Sie meinen europäische Schwesterparteien, die in der Bedeutungslosigkeit versunken sind. Genau, die zum Teil einstellig geworden sind. Aber es ist ja auch eine Schicksalsentscheidung, potenziell zumindest für Ihren Parteichef. Sie sind sich schon bewusst, dass sollten Sie Erfolg haben, dass Sie Martin Schulz damit stürzen? Wir stürzen niemanden, sondern es ist für uns eine inhaltliche Entscheidung. Wir machen ausschließlich eine Kampagne über Inhalte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in einer Partei auch eine politische Kultur und eine Debattenkultur auch zeigen, dass man das durchaus kann, ohne sofort in irgendeiner Weise zu stürzen oder Köpfe rollen zu lassen. Ja klar, Frau Mattheis, nur mit den Inhalten sind natürlich auch Personen verknüpft, die ihr politisches Überleben sozusagen mit diesen Inhalten verknüpft haben. Das heißt, es ist ja kaum vorstellbar, dass sollte Ihr Parteichef jetzt scheitern auf dem Parteitag, dass er dann einfach so weitermacht. Aber Personen folgen Inhalten und nicht umgekehrt. Und von daher ist es nicht unsere Entscheidung, sondern wir werben mit guten Argumenten. Und für uns ist es wichtig, dass das nicht eine Sache wird, friss oder stirb, sondern dass es eine Sache wird, die gut von Argumenten getragen wird. Was erhoffen Sie sich denn von Neuwahlen? Ich erhoffe mir von Neuwahlen nichts. Ich habe keine Lust auf Neuwahlen. Aber das wäre auch dann das Wahrscheinlichste, oder? Ich habe auch keine Angst vor Neuwahlen. Und ich glaube, das Thema Minderheitsregierung sollten wir viel offensiver diskutieren. Wir haben Frau Merkel in der Pflicht, eine Regierung zu bilden. Und die sehe ich immer noch, diese Pflicht für Frau Merkel. Und ich glaube, dass wir uns in der öffentlichen Debatte sehr gut aufstellen können mit der Forderung nach einer Minderheitsregierung, in der einfach eine politische Kultur und eine Debattenkultur wieder Einzug halten könnte, die auch dem Thema Politikverdrossenheit entgegenwirken würde. Das ist für mich ein ganz starkes Argument. Ja, Union lehnt Minderheitsregierung natürlich ab. Frau Merkel hat die Maut abgelehnt. Frau Merkel hat alles Mögliche abgelehnt. Von daher glaube ich, dass sich unter einem besonderen Druck auch diese Haltung ändern könnte. Nehmen wir mal an, das würde dann doch auf Neuwahlen hinauslaufen, wenn sie erfolgreich wäre mit ihrer Ablehnung der Großen Koalition. Und nach den Neuwahlen stünde die SPD noch schlechter da als jetzt. Würden Sie das dann auf Ihre Kappe nehmen? Das ist eine Drohgebärde, die ich so nicht sehe. Ich glaube, die Bevölkerung ist sehr wohl bereit, eine Partei zu unterstützen, die ein klares sozialdemokratisches Profil zeigen würde. Und dieses klare sozialdemokratische Profil kann man nicht in einer Großen Koalition zeigen. Das haben wir in den letzten vier Jahren sehr schmerzhaft erlebt. Frau Matthais, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.